Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar wird es ab heute bzw. wenn das Video dann erscheint bzw. morgen dann wieder Minecraft geben und ja wie ihr schon seht bin ich hier gerade ein bisschen am verändern was das Stadion angeht und zwar habe ich das so geplant dass ich ab hier unten müssen es glaube ich 8 Sitzplätze sein und dann hier oben will ich 7 Sitzplätze haben und hier in dieser Etage habe ich vor etwas einzurichten und zwar halt so Restaurant, Abteilung, Hotel, Bar, allem möglichen, Fanshop und so weiter und so fort und das wird sich halt wie gesagt über diese ganze Hälfte hier dann drüber ziehen aber wie gesagt das Ganze fertig zu stellen und so weiter das brauchen wir ein bisschen und ja also wie gesagt da bin ich auf jeden Fall gerade dran das Ganze bisher zu bearbeiten weil ich möchte das eigentlich genauso wie in echt machen halt detailgetreu und so weiter und ja also wie gesagt dass ihr da im Vorbau schon mal Bescheid wisst dass es da auf jeden Fall mit weitergehen wird und ja auch was den Landwirtschaftssimulator angeht da kommt jetzt dann demnächst auch wieder ein Video raus da bin ich mehr oder weniger schon am Plan wie ich das Ganze manage und so weiter und so weiter und so fort und auch was GTA angeht und so kommt auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Stuff ja wie gesagt von FIFA kann sein dass da jetzt mal vorher schon mal nix mehr kommen das weiß ich aber nicht muss ich nur gucken Bus Simulator da kommt auf jeden Fall was weil das werde ich nicht aufhören das ist einfach nur ein affengeiles Projekt auch wenn ich da schon durch bin und ja also wie gesagt Leute falls ihr die Idee auch so findet wie ich dass man praktisch hier in dem Gang hier dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen weiter raus kommen weil ich habe ja hier noch ein bisschen Freifläche und so dass wenn man hier irgendwie noch in dem ganzen Gebiet halt Fanshop rein macht ein Restaurant Hotelzimmer oder whatever was euch einfällt wie gesagt schreibt eure Tipps und Ideen gerne mal in die Kommentare was ihr da reinbauen würdet und so weiter und ja Leute in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach noch einen traumhaften Tag Leute haut rein und ciao ciao ciao